So, meine lieben Damen und Herren, wir haben es bald geschafft, den Tagungs- und Vortragsmarathon bewältigt, aber wir haben noch zwei spannende Programmpunkte. Einmal geht es jetzt hier um ein Thema, wo man vielleicht nicht gleich weiß, was es ist, weil es geht um LA. Was ist das? Ist das jetzt Hollywood oder denkt man da jetzt an die Lakers oder an den Walk of Fame? Es geht aber jetzt nicht um das schöne Los Angeles, sondern um Learning Analytics und den wieder aufkommenden didaktischen Zugang dazu. Präsentieren werden uns zum einen Dr. Malte Persicke, den wir schon mal eben ganz kurz gesehen haben. Das ist ja ein Tausendsasser, der immer auf ganz vielen Bühnen parallel ist. Der ist jetzt zum einen in Berlin, physisch, körperlich beim UFF, bei der Mainstage, aber gleichzeitig jetzt hier als digitaler Zwilling oder Avatar. Ich glaube, es ist der echte Malte, das hoffen wir ja gleich. Der echte Malte ist dann hier auch in Bochum gestreamt. Und wir haben noch jemand dabei, nämlich den Jonas, Jonas Lechke vom ZFW, von der RUB. Und da freuen wir uns auch sehr, dass du den Weg, der glaube ich nicht so weit war, genau hierher zu uns gefunden hast, als Teil des E-Learning-Teams des Zentrums der Wissenschaftsdidaktik an der Ruhr-Uni Bochum. Und wir freuen uns eben jetzt sehr auf diesen spannenden Vortrag, didaktische Perspektiven auf Learning Analytics. Lieber Jonas, bitte kommt zu mir auf die Bühne. Der Malte ist ja auch schon zugeschaltet. Ja, vielen Dank. Da würde ich euch das Wort übergeben. Danke, Markus. Ja, vielen Dank, dass wir hier unseren Talk halten dürfen zu didaktischen Perspektiven auf Learning Analytics. Und zwar hier auf der Orca-Stage in Bochum beim University Future Festival 2023. Ich weiß gar nicht, wie gut die Verbindung funktioniert. Ich glaube, Malte ist gerade schon wieder ein bisschen eingefroren. Wir müssen mal gucken, wie gut die Kombination funktioniert. Vielleicht, ja, wir sehen mal, was jetzt so kommt. Also erstmal vielen Dank, dass Sie in Präsenz hier sind und Interesse an unserem Vortrag haben, dass Sie vielleicht auch digital zugeschaltet sind. Auch vielen Dank dafür. Und natürlich diejenigen, die möglicherweise im Nachgang das Ganze noch on-demand hören werden. Auch da vielen Dank für. Genau, Markus hat es gerade schon gesagt. Ich bin Jonas Deschke vom Zentrum für Wissenschaftsdidaktik. Und warum rede ich über Learning Analytics? Ich bin dort Projektkoordinator für zwei Projekte. Und zwar zwei Projekte, die sich mit Learning Analytics und KI in der Hochschulbildung beschäftigen. Das eine ist das Projekt KI Edu NRW. Und das andere ist das Projekt AI Study Body Body at RUB. Und zusammen mit Malte bin ich eben in diesen Projekten auch aktiv, weshalb wir diesen Talk jetzt zusammen geplant haben. Wir müssen mal gucken, ist Malte noch da oder ist er weg? Ist weg, schade. Das heißt, eigentlich wollte ich gerade Malte übergeben. Dann probiere ich das mal selber zu übernehmen. Ich nehme den Klicker und wechsel mal rüber. Gut. Da die erste Folie eben mir gehört, ist das jetzt noch kein Problem. Und zwar Learning Analytics. Das haben wir gesagt, ist das Thema hier heute, über das wir sprechen möchten. Learning Analytics, was ist das eigentlich genau? So auf die genaue Definition wollten wir jetzt heute gar nicht eingehen, sondern eher Beispiele mitbringen. Und zwar haben wir ein paar Beispiele mitgebracht zu Learning Analytics Dashboards. Das heißt, das ist die Mensch-Maschine-Schnittstelle, wenn man so möchte. Lehrende, Lernende oder sonstige Stakeholder nutzen diese Dashboards. Und erhalten dazu Informationen über ihr Lernverhalten, wenn es Lernende sind oder die Lehre, wie sie bisher läuft, von den Lehrenden. Teilweise werden diese Dashboards schon in der Praxis eingesetzt. Teilweise sind diese Dashboards aus Forschungsprojekten. Und was sie aber alle gemein haben, ist, dass sie Erfolgskurven und Erfolgsprognosen, Lernkurven und Erfolgsprognosen darstellen. Da haben wir ganz verschiedene Visualisierungen, Ampelsysteme, Linien, Diagramme. Es gibt ja ganz unterschiedliche Sachen. Und was sie aber alle gemein haben auf dieser Ebene, die ich gerade mitgebracht habe, ist, dass sie sehr beschreibend sind, Diagnosen vielleicht anstellen und möglicherweise auch Prognosen schon anstellen. Also Prädiktionen es an der Stelle aber eigentlich aufhört. Genau. Malte ist immer noch nicht da. Das heißt, ich ziehe das jetzt hier alleine durch und übernehme jetzt seine Folien. Das ist jetzt ein bisschen, da muss ich mal schauen, wie gut ich das dann gestemmt kriege. Was bedeutet das eigentlich? Also warum ist möglicherweise das, was wir gerade gesehen haben, aus didaktischer Perspektive nicht so richtig das ganz Wünschenswerte, was man haben möchte? Wir haben mal Maxis Dashboard mitgebracht. Maxi hat hier eine Lernverlaufsprognose. Wir sehen diese gestrichelten Linien am Ende bis zur Klausur. Wo steht Maxi da ungefähr? Das ist diese rote Linie. Und das ist ja erstmal so eine Prädiktion auf dem weiteren Lernverlauf von Maxi aufgrund der bisherigen Daten. Die Preskription kommt dazu, indem Maxi gefragt wird zum Beispiel, naja, du bist im Moment unter den 50 Prozent voraussichtlich bei deiner Klausurnote. Kannst du möglicherweise mehr Lernzeit aufbringen? Also so eine preskriptive Empfehlung. Das wäre jetzt was, was dich möglicherweise zu einem guten, ja, zu einer guten Klausur hilft. Maxi gibt an, nein, kann ich nicht. Gibt das in dieses System ein und dann sagt das System, na gut, wenn das keine Möglichkeit ist, dann schlage ich dir jetzt vor, soll ich dir für dich eine Lerngruppe finden, die vielleicht ähnliche Probleme hat, die an einem ähnlichen Lernstand ist oder vielleicht auch gerade eine interleistungsfähige Lerngruppe. Und da sagt Maxi, hey, das ist eigentlich eine ganz coole Idee und gibt das Ganze mit Ja an und sagt, ja, ich möchte das gerne. Und dieses System im Hintergrund fängt jetzt an, eine Lerngruppe zusammenzustellen für Maxi. Das heißt, dieses System übernimmt die Intervention. Dann haben wir noch so ein Dashboard für den Professor, die Professorin, wo die ganze Kohorte abgebildet wird. Wir sehen auch diese Rückmeldung von Maxi, die Maxi ins System eingetragen hat. Das sieht der Professor, die Professorin auch schon. Und an dieser Stelle kommt eben Präskription und Intervention mit dazu, zu dem, was wir auf der vorherigen Folie gesehen haben, wo wir sehr deskriptiv unterwegs waren. Das heißt, hier hat die Didaktik Einzug in das technische System gefunden, also didaktische Möglichkeiten und Settings. Das heißt also zusammengefasst, diese ersten beiden Folien vielleicht nochmal, dass wir im Moment noch häufig in den Learning Analytics Systemen insbesondere Korrelationen und Gruppenvergleiche haben, in denen weniger von didaktischen Modellen ausgegangen wird, sondern eher so aufgrund von Korrelationen, die aus bisherigen Lerndatenanalysen gefunden wurden, dass das auf den Dashboards dargestellt wird. Und das ist auch gerade ein Problem, was in der Literatur kritisiert wird, dass eben genau eher eine sehr technisch-statistische Perspektive aufgenommen wird und weniger eine didaktische Perspektive. Deswegen gibt es so Publikationen, wie die hier abgebildet wurden, die eben schon im Titel kritisch sind, wo ist eigentlich das Lernen in Learning Analytics geblieben und müssten wir dann nicht mal radikal einen Neustart machen in Bezug auf das Forschungs- und Entwicklungsfeld, in dem wir uns hier gerade bewegen. Genau, also Lernen ist zu wenig im Fokus und dennoch auch die Personen, die diese kritischen Publikationen geschrieben haben, sind sich alle einig, Learning Analytics hat aber ein großes Potenzial, um das Lernen zu unterstützen an Hochschulen. Das heißt, wir haben ein Gap zwischen technisch machbaren und didaktisch sinnvollen. Also irgendwie klaffen wir da im Moment auseinander aufgrund von der Entwicklung, die das Feld genommen hat. Das didaktische Potenzial sehen alle und der didaktische Mehrwert ist aber in dem System noch nicht automatisch geschaffen. Der muss noch geschaffen werden und da müssen wir ran. Weil wir wissen ja aus der pädagogisch-psychologischen Forschung, dass bei jeder Wahrnehmung, die jemand hat, auch eine Verhaltensänderung stattfinden kann. Das heißt, Studierende, die sowas sehen oder Lehrende, die sowas sehen, die nehmen das irgendwie an und machen da was raus. Und wenn wir sie allein lassen an der Stelle, dann machen die da irgendwas raus und das muss nicht unbedingt lernwirksam sein. Und deswegen da zu sagen, hey, da müssen didaktische Modelle und Fragestellungen rein, das ist der Standpunkt, den wir vertreten. Ausgewählte Fragen aus dieser didaktischen Perspektive sind unter anderem, was sind eigentlich die pädagogisch-psychologischen Korrelate, die sich hinter Lerndaten befinden und welche Modelle sind vielleicht auch didaktisch damit verbunden? Wie können negative Effekte, die natürlich durch solche Systeme auch entstehen können, wie Demotivation bei Lernenden zum Beispiel, präventiv begegnet werden? Also wie müssen die Systeme aufgebaut werden, dass nicht auf einmal unsere Lernenden demotiviert werden? Das wollen wir ja gerade gar nicht. Und eine ganz globale Frage, die aufgeworfen wurde jüngst, ist, können Learning Analytics Systeme überhaupt in die existierende Hochschullehre, wie wir sie im Moment an unseren Hochschulen betreiben, sinnvoll integriert werden oder bräuchte es eigentlich sogar einen radikalen Neustart, wenn wir sagen, wir wollen das komplette didaktische Potenzial dieser Learning Analytics Systeme nutzen, sofern wir sie denn nutzen wollen. Genau, das sind erstmal so Fragen, es gibt noch viele weitere Fragen, aber wir sehen, da ist noch viel unbeantwortet einfach in diesem Forschungsfeld. Genau, also Punkt, den ich gerade schon zweimal gesagt habe, didaktische Modelle und Theorien sind wichtig und die machen eben auch den Unterschied zwischen Datenanalyse und Lerndatenanalyse. Also erst, wenn wir diese Modelle, die wir kennen und haben, bei der Entwicklung dieser technischen Systeme berücksichtigen, dann betreiben wir eigentlich eine ernsthafte Lerndatenanalyse, was wir bisher vielleicht eher weniger machen. Zur Berücksichtigung von Preskriptionen und Interventionen, also genau diesen didaktischen Effekten oder Möglichkeiten für die Analytics Systeme, sind sich alle schon sehr lange relativ einig, also 2012 ist die Quelle da unten, dass das Actionable Insights eigentlich das zentrale Moment sind und diese Actionable Insights sind das, was uns im Moment noch fehlt und die sind aber aus der didaktischen Perspektive zentral, um den Learning Analytics Kreislauf sinnvoll zu schließen und das ist der, der da rechts auf der Folie dargestellt ist. Wir sehen, wir haben die Lernhandlung oben von den Lernenden, wir haben dadurch Lerndaten, die wir überall in unseren Systemen an den Hochschulen gespeichert haben, Lehrmanagementsystem, Campusmanagementsystem, irgendwelche Videoserver und was es da noch alles gibt, diese werden analysiert und dann kommt der Moment, wir brauchen diese Intervention, wir müssen eine sinnvolle Schlussfolgerung auf Grundlage dieser Analysen führen können und das wird insbesondere in der technischen Entwicklung gerade noch nicht so in den Fokus gestellt. So, jetzt würde ich wieder fiktiv an Malte übergeben, schaue also, dass ich die nächsten Folien jetzt für ihn übernehme, was braucht es noch? Ein ganz wichtiger Punkt ist einfach Data Literacy an der Stelle. Das Lehrende und Lernende, das haben wir heute auch schon mal gehört, gut diese Systeme verstehen können. Data Literacy umfasst eben die Fähigkeit, Daten zu verstehen und auch auf kritische Art und Weise zu sammeln, zu managen, zu bewerten und anzuwenden. Wir haben hier zwei Beispiele mitgebracht, die aus Data Literacy Perspektive vom Design her schwierig sind. Bei dem ersten Beispiel, zumindest für mich gesprochen, kann ich nicht im ersten Blick genau erkennen, was mir dieses System eigentlich genau mitteilen möchte aufgrund meines bisherigen Lernverhaltens. Und bei dem zweiten System weiß ich überhaupt gar nicht, wie das System zu seinem Ergebnis kommt. Und sonderlich motivierend finde ich es ehrlich gesagt auch nicht, wenn ich auf einmal eine Ampel sehe, die nur rot ist und ich eigentlich gar nicht weiß, warum ist die jetzt rot und was genau soll ich tun? Und da diese Systeme mit Data Literacy Komponenten anzureichen, diese Dashboards auch aus dieser Perspektive zu entwickeln, ist aus unserer Sicht eben zentral. So, jetzt habe ich viel kritisiert, aber vielleicht sollten wir jetzt mal eine sinnvolle andere Perspektive einnehmen und zwar die konstruktive Perspektive. Wie kann denn sowas überhaupt auch praktisch eingesetzt werden? Also warum haben denn Learning Analytics Systeme so viel Potenzial? Und Learning Analytics Systeme haben zum Beispiel als didaktisches Werkzeug für Studierende ein großes Potenzial. Wir sehen hier den ersten Punkt, wir haben so ein paar mitgemacht, aber auch diese Liste kann man wieder verlängern. Personalisierte Lernpfade, adaptives Lernen kennen wir als Schlagwort an der Stelle. Aufgrund des bisherigen Lernverhaltens der Studierenden, aufgrund des Vorwissens, das sie aus anderen Lehrveranstaltungen mitbringen, können hier adaptiv Lernpfade empfohlen werden oder Übungsaufgaben dargereicht werden. Der zweite Punkt ist das selbstregulierte Lernen, was unterstützt werden kann, in dem eben konkrete und individuelle Empfehlungen, wie sie ihr Lernverhalten verbessern können, gegeben werden. Das wäre so ein actionable insight, beispielsweise Textlänge bei Lernaufgaben, in Lernaufgabenlösungen erweitern. Das heißt, bisher sind immer, man hat so eine Forumsaufgabe, möglicherweise Moodle, die sind die Antworten immer sehr kurz und da können so ein System sagen, hey, versuch doch mal den Text ein bisschen zu verlängern, um eben auch dich mit mehr Themen in diesem Bereich nochmal auseinanderzusetzen. Dritter Punkt, soziale Interaktion. Die Systeme könnten automatisiert und individuelle Empfehlungen für Lerngelegenheiten in sozialen Settings geben. Wir hatten eben Maxis Dashboard gesehen, das war ein Beispiel dafür. Und Gamification, in dem eben individuelle Empfehlungen zur Einreichung eines speziellen Batch, zum Beispiel werde jetzt oder hol dir den Batch Quiz-Champion, vielleicht für Studierende, die bisher nicht so richtig die Quiz-Aufgaben in der Lernstruktur bearbeiten. Das Ganze gibt es auch nochmal für Lehrende, indem wir zum Beispiel Lehrmaterialien optimieren können, konkrete und materialbezogene Empfehlungen für Lehrende, wie sie ihre Lerndaten überarbeiten können. Die Evaluation von Lehrmethoden, Lehrende können Feedback darauf kriegen, wie bisher ihr Lehrsetting angenommen wird und was sie möglicherweise auch im Laufe des Semesters noch verändern könnten, damit ihre spezifische Lerngruppe besser mit diesem Lehrmaterial umgehen kann. Frühwarnsysteme, ein wichtiger Punkt und da ist auch tatsächlich die Forschung schon weiter, dass Lehrende eine Rückmeldung kriegen, wenn Studierende möglicherweise drohen, an irgendeiner Stelle durchzufallen. Auch da natürlich wichtiger Punkt, dürfen Lehrende überhaupt individuell Studierende sehen, an der Stelle die Drohung durchzufallen oder kann man da zumindest einen globaleren Hinweis für eine Kohorte geben, dass im Moment es so aussieht, dass die Klausur nicht so gut abgeschlossen wird, möglicherweise aufgrund des aktuellen Lernstands. Und natürlich Feedback und Reflexion an Studierende, indem konkrete Empfehlungen, welches Feedback für eine Gruppe an Studierende motivationsförderlich ist, gegeben wird. Und ja, genau, dann haben wir noch dieses Beispiel dafür. Wir sind jetzt bei Folie 9, die nächste gehört wieder mir. Jetzt haben wir viele, viele konkrete Beispiele gesehen und am Anfang waren wir ja auch sehr kritisch mit dem, was wir gesagt haben. Aber es gibt durchaus gute Beispiele, wo sowas schon gut umgesetzt wird, auch für das, was wir gerade gesagt haben. Und die haben wir an dieser Stelle mal mitgebracht. Hier jetzt wieder relativ viele auf dieser Folie. Ich gehe mal so auf drei spezifische ein und das sind einmal und wahrscheinlich sehr breit bekannt Apps zum Fremdsprachenlernen einfach, die wirklich schon sehr gut Learning Analytics integriert haben und individuell auf das Lernverhalten der Sprachenlernenden eingehen. Dann ein ganz konkretes Learning Analytics System, was auch in der Learning Analytics Community entwickelt wurde, ist die App OnTask oder das Programm OnTask. Was ist das Besondere an OnTask? OnTask fordert von den Lehrenden, die eben das Lehrsetting entwickeln, dass sie, wenn dann Beziehungen angeben und einprogrammieren. Das heißt, wenn bei einer Analyse rauskommt, dass ein Student, eine Studentin zu 90 Prozent den Lernstoff verstanden hat, um ein Beispiel zu nennen, dann wird dieser Studentin dem Student empfohlen, dass sie sich diese Inhalte vor der Klausur noch mal anschaut, aber ansonsten relativ gut ist. Und bei Studierenden, die möglicherweise nur 30 oder 40 Prozent des Lernstops bisher verstanden haben, dort soll das System dann empfehlen, schau doch am besten jetzt schon das Material noch mal an von der letzten Woche. Ein drittes Beispiel, was wir ganz gerne benennen wollen, ist hier oben in der Ecke, dass das Programm Gepros, in dem Lernende, in dem Fall Studierende aus Lehramtsstudierendgängen in einem virtuellen Klassenzimmer agieren und abhängig davon, wie sie die Schülerinnen und Schüler, die fiktiven Schülerinnen und Schüler unterstützen, entwickeln die sich auch unterschiedlich in dieser Umgebung. Also da haben wir schon so ein ganz starkes, da reagiert das System auf das, wie sich der Lehrende, die Lernenden davor verhalten. Und das ist der Punkt, wo wir sagen, das ist wichtig, da auf jeden Fall diese didaktischen Fragestellungen stärker zu betrachten. Jetzt haben wir natürlich super viel über Technik bisher gesprochen, aber Technik ist ja irgendwie nicht Hochschullehre per se und Learning Analytics Systeme sind nicht ausschließlich Technik oder können ausschließlich durch Technik das volle Potenzial erfüllen, sondern wir haben natürlich auch noch eben die Lehr- und Lernprozesse an sich, die auch außerhalb von technischen Systemen stattfinden. Und auch dafür gibt es schon Vorschläge und zum Beispiel die Kolleginnen aus Graz haben hier das didaktische Dreieck erweitert in ein didaktisches Learning Analytics Dreieck und Learning Analytics bildet hier die Tiefendimension ab. Das heißt, Sie haben eigentlich das Grundkonzept des didaktischen Dreiecks beibehalten und haben es damit ergänzt, dass beispielsweise die Inhalte adaptiv dargeboten werden. Das ist dann diese Tiefendimension. Wir haben also einen neuen Möglichkeitsraum, den wir bisher so nicht haben. Oder Empfehlungen für Lehrende, wie sie ihre Lehre weiter im Semester durchführen sollen. Oder eben auch Echtzeit-Feedback an Lernende, die gerade nicht in einer 1 zu 1 Lernsituation sind, sondern vielleicht zu Hause lernen. Im Homeoffice bin ich auch schon da drin. Sondern gerade zu Hause lernen. Und dort aber ein Echtzeit-Feedback auf ihr aktuelles Lernverhalten bekommen. Genau. Und um das so ein bisschen zusammenzufassen, was wir hier gerade mitgebracht haben, haben wir das mal versucht, sehr einfach auf einer Folie darzustellen. Wir haben also die Lehr- und Lernprozessgestaltung. Und da erinnern wir uns vielleicht nochmal an das, was wir ganz am Anfang auf der zweiten Folie gesehen haben, diese sehr deskriptiven Dashboards, wo die Lehr- und Lernprozessgestaltung eigentlich die Aufgabe übernimmt, diese Ergebnisse oder diese Information dieser Dashboards in eine aktive Lernhandlung zu übersetzen. Das heißt, das ist eben die häufige Perspektive, die wir haben. Die didaktischen Fragen werden ausgelagert aus den Systemen in die Lehr- und Lernprozessgestaltung. Also die Aufgabe haben letztendlich die Lernenden und die Lehrenden, mit diesen Systemen irgendwie sinnvoll umzugehen. Aus unserer Perspektive sollten wir aber diese Systementwicklung viel stärker in den Fokus nehmen und da viel stärker didaktische Fragestellungen eben reinbringen. Und das ist aus unserer Sicht die didaktische Perspektive. Wir müssen nicht die komplette Systementwicklung übernehmen. Das kann gerne, also da sind Expertinnen und Experten, Techniker und Technikerinnen, die können auch große Teile davon machen. Wichtig ist aber, dass wir in die relevanten Fragen an der Stelle mit einbezogen werden und Empfehlungen geben können aus didaktischer Perspektive, wie das Ganze umgesetzt werden kann, sinnvollerweise auf technischer Ebene, damit wir eben diese Actionable Feedbacks auch geben können in diesem System. Und jetzt die letzte Folie dazu, das passt auch ganz gut mit der Zeit, die mir gerade angezeigt wurde, sind natürlich neben der didaktischen Perspektive auch noch ganz andere Perspektiven wichtig. Wir haben, das sieht man ganz gut bei uns in der Projektanlage von KI-Eddio NRW, ganz viele andere Perspektiven, die wir auch betrachten. Und das ist insbesondere zum Beispiel die ethische Perspektive. Nur weil wir jetzt zum Beispiel Lerndatenanalysen vielleicht betreiben dürfen, sollten wir das eigentlich tun. Wir lernen einfach extrem viel über unsere Lernenden, sollten wir als öffentliche Einrichtung oder als, ja, sollten wir sowas überhaupt wissen an der Stelle? Oder ist das vielleicht eine Frage, die wir nochmal da differenziert, ja, kritisch betrachten sollen? Datenschutzfragen. Immer ein Riesenthema bei Lerndatenanalyse. Da haben wir übrigens jüngsten Gutachten veröffentlicht, das Datenschutzfragen im Kontext von Learning Analytics beantwortet, für NRW eingeschränkterweise, aber möglicherweise ist einiges davon auch für andere Bundesländer übertragbar. Technik, klar, jetzt habe ich viel über Technik gemeckert, aber doch ist sie die Grundlage für Learning Analytics Systeme. Und die ist auch insbesondere schon weit fortgeschritten an der Stelle. Und kompetenter Umgang, ganz wichtiges Thema. Data Literacy hatte ich eben schon genannt, aber man sollte vielleicht so oder so Lernende nicht komplett alleine lassen mit diesen Systemen, sondern möglicherweise Beratungsstellen wie die Studienberatung mit in die Entwicklung einbinden, weil manchmal sind vielleicht Rückmeldungen, die dieses Thema relativ hart geben würden, doch ganz gut, wenn da Menschen noch irgendwie zwischenstehen, die das Ganze moderieren und individuell an die Lernenden weitergeben können. Unten noch ein Angebot von uns. Viele dieser Felder weisen erhebliches Forschungspotenzial auf. Das heißt, wenn man sich damit beschäftigen möchte, findet man da sicherlich noch einen Platz und dass man da irgendwie diese Fragen, die wir gerade mitgebracht haben, beantworten möchte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Von mir auch ganz, ganz vielen Dank, lieber Jonas, dass du dich auf diese Herausforderung eingelassen hast. Es war anders geplant. Wir konnten aber aus technischen Gründen den Malte aus Berlin nicht zuschalten. Also ganz toll. Das macht vielleicht auch so ein Festival aus, dass man so mal ungewohnte Herausforderung hat. Ich habe auch gehört, es gibt schon Fragen. Ich würde aber so frech sein, mir eine Frage selber zu nehmen. Ich habe jetzt noch mal eine Herausforderung für dich, weil bei mir ist was hängen geblieben. Ich fand es total spannend, wie du auf einer der ersten Folien gezeigt hast, diese Frage, ja, wie, wir müssen, also bauen wir das jetzt, diese Learning Analytics-Theme in die Hochschulen ein oder machen wir alles, machen wir alles aus, müssen wir Hochschulen neu denken? Und da vielleicht so eine Zwischenfrage, ist vielleicht ein bisschen provokant. Aber wie würdest du das einschätzen? Wie weit kommen wir mit dem bestehenden, jetzt bestehenden Hochschulsystem und Learning Analytics? Weil ihr habt euch ja schon sehr weit auf den Weg gemacht. Vielleicht kannst du da irgendwie versuchen, so eine Einschätzung zu geben. Ich kann das jetzt, das ist eine ganz persönliche Einschätzung an der Stelle, genau. Also jetzt nicht das überbewerten, was ich jetzt sage. Wir haben natürlich einen wahnsinnigen Boost durch Corona erlebt, was die Digitalisierung von Lerndaten angeht. Das heißt, die Datengrundlage, aufgrund derer wir jetzt Learning Analytics betreiben können, ist natürlich erheblich gestiegen. Und vieles wird auch nach Corona bleiben. Also es sind ja auch gute Lehr- und Lernsettings entstanden, die auch weiterhin bestehen bleiben sollten. Ich glaube, da kann man schon sehr viel rausziehen. Was wir uns bewusst sein sollten, ist, dass solange wir zum Beispiel, also wir können Lernen niemals vollständig in diesen digitalen Systemen abbilden. Selbst wenn wir eine reine E-Learning-Umgebung hätten, was aus meiner Sicht gar nicht wünschenswert ist für Hochschulen, dann wäre es ja immer noch so, dass Lernen außerhalb dieser Systeme stattfindet, in dem eben doch Studierende mit KommilitonInnen sich austauschen, in dem Lernmaterial auf andere Wege geteilt wird, wie über irgendwelche Messenger-Dienste oder ähnliches. Das heißt, wir haben immer nur ein digitales Abbild und auch wenn wir Hochschulsysteme jetzt komplett neu denken oder Hochschullehre komplett neu denken, auch dann hätten wir immer noch ein digitales Abbild. Das heißt, ich glaube, das, was wir haben, ist schon sehr gut und da können wir stark darauf aufbauen. Super. Danke dir für die Einschätzung. Jetzt will ich aber den anderen Fragen denn das Wort geben. Ich glaube, Daniel, du hast was, dann schieß los, bitte. Ja, wir haben diverse Fragen auch aus dem Chat. Ganz am Anfang hast du von der Zuordnung oder Einteilung von bzw. in Lerngruppen gesprochen und da wurden diverse Fragen gestellt. Zum Beispiel, müsste man bei der Empfehlung einer Lerngruppe nicht eventuell auch auf unterschiedliche persönliche Präferenzen Rücksicht nehmen bzw. auf welcher Basis wird eine Lerngruppe empfohlen? Ja, das ist eine tatsächlich sehr gute Frage, die im Grunde wieder jetzt gerade so ein bisschen diese ethische Perspektive nämlich mit aufgreift. Weil ja, diese persönlichen Rahmenbedingungen sollte man natürlich bei einer Lerngruppenfindung und Bildung berücksichtigen. Sei es so etwas ganz Profanes wie, wann haben Studierende in der Woche eigentlich Zeit, überhaupt sich mit einer Lerngruppe zu treffen, zum Beispiel. Das würde bedeuten, so ein Learning Analytics System, wenn das das automatisch übernehmen soll, müsste wissen, was sind denn freie Zeiten von Studierenden innerhalb der Woche? Und da kommen dann nämlich so Sachen auch außerhalb des Stundenplans dazu, wie Care-Arbeiten, wie ein Nebenjob, wie persönliche Verpflichtungen, Sportverein, keine Ahnung. Und das ist natürlich aus meiner Sicht kritisch zu bewerten, insbesondere aus ethischer Perspektive, dass so ein System so etwas wissen müsste, damit das automatisiert passieren kann. Wie so etwas aber klappen kann, ist eben eine Empfehlung auf Grundlage von Gruppenmodellen oder Gruppenlernen. Da gibt es ja diverse Modelle, die könnten in so ein System schon gut eingebaut werden, würden einen aber trotzdem die Rahmenbedingungen vernachlässigen. Und meine persönliche Meinung wäre, dass das eher auch vermieden werden sollte, da diese Rahmenbedingungen mit einfließen zu lassen. Vielen Dank. Und eine weitere Frage ist ein neuer Player, DSGVO 19. Also ich schätze, das ist Artikel 19 mit gemeint. Vielleicht kannst du dazu noch gleich was sagen für alle Teilnehmenden, was das genau ist. Und die Frage ist, hat es aber auch dazu geführt, also dieser Artikel, dass einige Learning Analytic Tools nicht mehr eingesetzt werden. Ist das ein Hemmnis? Hat die DSGVO 19 da große Einschränkungen gebracht? Ich will mal weniger konkret auf die DSGVO 19 Frage als aus dem Rechtsgutachten, was wir haben erstellen lassen, aus Antworten. Ich glaube, dann rede ich mich hier nicht im Kopf und Kragen. Das geht davon aus, dass wir uns im Grunde nicht auf die Generalklausel im Hochschulgesetz NRW stützen können, wenn wir Learning Analytics in Hochschulen betreiben wollen. Was wir jederzeit machen können, ist, wir können Learning Analytics aufgrund von Einwilligung von Studierenden betreiben. Also wenn die Studierenden sagen, ja, wir dürfen diese Lerndaten auswerten, dann dürfen wir das heute schon machen. Da ist natürlich so ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis zwischen Studierenden und Lehrenden, sodass man da von einer freiwilligen Einwilligung vielleicht auch im Zweifelsfall nicht unbedingt sprechen kann. Jetzt schon rechtssicher möglich wäre es, wenn sich Hochschulen eigene Ordnungen dafür geben. Das dürfen sie. Sie dürfen Ordnungen selber erlassen. Und in diesen Ordnungen könnte geregelt sein, ja, Learning Analytics wird bei uns an der Hochschule betrieben und Studierende und Lehrende sind verpflichtet, an diesem System teilzunehmen. Das wäre tendenziell möglich. Die Empfehlung im Gutachten ist, dass der Gesetzgeber auch nochmal an der Stelle nachbessert. Und genau, das ist das, was ich aus dem Gutachten angehe. Danke. Gibt es noch Fragen, Daniel, aus dem Chat? Gibt es hier im Publikum Fragen an Jonas zum Thema Learning Analytics? Das scheint nicht der Fall zu sein. Genau, ich kriege auch schon das Zeichen, die Session zu beenden. Nochmal lieber Jonas, ganz, ganz vielen Dank, dass du dich auf die Herausforderung eingelassen hast, uns hier allein nur mit einem fiktiven Malte zusammen diesen spannenden Vortrag zu präsentieren. Ganz vielen Dank. Danke für die Möglichkeit. Danke. Genau, wir machen dann sofort weiter, also was heißt sofort, um 17 Uhr mit dem großen Quiz. Also bitte alle noch Geduld und Sitzfleisch beweisen, es ist noch nicht geschafft, aber gleich ist es soweit mit dem großen Quiz. Vielen Dank.